Oh, hier warst du also. Hast du was anderes erwartet? Nee, ist doch schön hier. Sag mal, stören wir auch keinen? Nein, ich bin immer ganz allein. Ach, nur ist die Oma. Aber genug kann ich aber. Ich hole den Sekt. Ich muss mal für kleine Mädchen. Stopp. Sag mal, bist du schwul? Ja, wieso? Ach so. Ach je. Hast du einfach gedacht, dass... Oh, wie peinlich. Für mich ist das ein schönes Kompliment, wenn eine so aufregende Frauentrasse an mir zeigt. Vielen Dank dafür. Mmmh... Tschüss. 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 Tschüss.